Hey ihr Lieben, ich habe hier wieder ein richtig cooles Bastelset für euch entdeckt, für Weihnachten. Und zwar hier von diesen richtig coolen Weihnachtsmännern. Ihr seht schon, hier sind ganz viele von diesen Kugeln mit dabei. Also das heißt, ihr könnt lustig darauf losbasteln. Also es sind wirklich viele. Ich kann die gar nicht alle verwerten. Die sind auch wirklich gleich gemacht. Ihr seht schon, hier sind aus Holzkugeln. Einmal hier der Bauch ist dabei, der Kopf und eine Mütze. Es ist auch noch eine Weiß dabei. Ist das jetzt eine Weiß? Ja. Die könnt ihr auch mit hier verwenden, aber ich habe jetzt die Weiß einfach mal weggelassen. Ich habe meinen Weihnachtsmann jetzt einfach mal so gebastelt. Die sind ganz easy nachzumachen. Den Link dazu zu den Kugeln findet ihr hier unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr gerne mal draufklicken. Und jetzt zeige ich euch, wie die funktionieren. Die sind ganz easy. In diesem Set ist auch hier so eine Kordel mit dabei. Ihr könnt aber natürlich auch jede andere Farbe von Wolle nehmen, je nachdem, wie ihr gerne möchtet. Ich habe die hier jetzt schon mal in meine Nadel eingefädelt. Eine Schere braucht ihr dann noch dazu. Und wir fangen an. Wir nehmen uns hier einmal diesen Bauch und stechen hier einmal ein. Dann kommt der Kopf dran. Der kommt natürlich passend hier zum Bauch drauf. Und einmal hier die Mütze. Wenn ihr jetzt dann hier diese Weiß noch verwenden möchtet, die könnt ihr natürlich auch gleich irgendwie mit drauf fädeln. Und ich mache es jetzt hier einmal so. Also ihr müsst den Faden hier schön lange durchziehen. Und dann könnt ihr, je nachdem, wie lange ihr hier diesen Anhänger machen möchtet, macht ihr hier euch einfach hier so einen kleinen Knoten rein. Aufpassen, dass die Kugeln nicht wieder rausflutschen. Hier einmal einen kleinen Knoten reinmachen. So, sieht das Ganze dann bei euch aus. Ich hole mir jetzt hier meine Kugelchen, bevor die rausfliegen. Dann geht ihr einmal hier oben wieder durch. Ihr müsst das Ganze richtig schön feste ziehen. So. Manchmal ist das hier ein bisschen dick. Aber es sollte eigentlich durchgehen. Das ist jetzt ein bisschen schwer gegangen. Aber vielleicht auch, weil meine Nadel ein bisschen zu dick ist. Also ihr müsst schon gucken, dass die Nadel hier, dass gerade noch der Faden durchpasst und dass der Kopf hier hinten nicht so dick ist. Und dann zieht ihr das Ganze hier einmal komplett durch. Holt euch hier einmal eure beiden anderen Körperteile. Und geht einmal hier wieder durch den Kopf durch. So. Und einmal durch den Bauch. Und fast fertig ist euer Weihnachtsmann. Ihr seht schon ganz easy. Hier diesen Faden, den ziehe ich jetzt einfach mal hier durch. So. Und jetzt mache ich mir hier einfach mal ein paar Knüpfer rein. Zwei oder drei. Am besten natürlich vier. Wenn ihr möchtet, ihr könnt jetzt auch hier an den Enden, weil die schneiden wir hier nämlich jetzt einfach mal ab. Einfach mal ein bisschen abschnütteln. Könnt ihr jetzt auch ein bisschen von einem Kleber drauf machen. Von einer Heißklebepistole oder irgendeinem anderen Kleber, damit es schön hält, damit es nicht mehr aufgeht. Und ich habe es jetzt einfach mal hier ohne gemacht. Aber wie ihr möchtet, ihr könnt natürlich auch mit Kleber machen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, damit hier diese Fäden hier nicht mehr aufgehen. So, ihr Lieben. Ihr seht ja, das ist ganz schnell gegangen. Richtig fix in unsere Weihnachtsmänner gebastelt. Und ihr seht schon, hier ganz viele können wir davon machen. Also, ich habe es jetzt nicht richtig geguckt, wie viel in diesem Set dabei sind. Aber ihr könnt gerne in die Beschreibung gucken. Klickt einfach mal drauf. Und ja, so ihr Lieben. Ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle noch schöne Feiertage. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Wenn euch mein Kanal gefällt, würde ich mich sehr gerne natürlich über ein Abo freuen. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, damit ihr keines meiner Videos verpasst. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln von diesen vielen coolen Weihnachtsmännern. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.